Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Podcasts Was ist richtig? Das hast du sehr schön gesagt, Friederike. Du musst jetzt aber noch sagen, der forensische Podcast. Oh, Entschuldige. Sollen wir nochmal anfangen? Ich denke, es geht klar. Okay. Ich gucke hier gerade über den Schallabsorptionsbogen und sehe Friederike Höfer, stellvertretende Chefärztin im Ambulatorium Forensik der Klinik für Forensische Psychiatrie Puck Zürich. Und durch die Blume sehe ich Dr. Steffen Lau, Chefarzt des Zentrums für stationäre forensische Therapien Rheinau. Genau. Was machen wir heute, Friederike? Heute machen wir Prävention. Oh. Und zwar Suizidprävention. Ist das denn ein forensisches Thema? Steffen. Es heißt ja nicht nur Forensik, sondern es heißt forensische Psychiatrie. Oh. Und dann wäre es so wichtig gewesen, den Podcast nochmal zu benennen. Was ist richtig? Der forensische Podcast. Eigentlich muss er geheißen, der forensisch-psychiatrische Podcast. Nur das passte designmäßig nicht ins Logo. Gut, das sind Details, die wollen wir hier nicht verraten, aber verraten können wir, dass wir Zuschriften bekommen, worüber wir uns sehr freuen und auch alle Hörerinnen und Hörer ermuntern wollen, dies weiter zu tun. Und tatsächlich wurde gefragt, spielt denn Suizidalität in der forensischen Psychiatrie eine Rolle oder wie gehen wir damit um und wie ist die Häufigkeit von Suiziden in intramuralen Strukturen? Und deswegen haben wir uns entschieden, heute über Suizid zu sprechen. Fußnote, intramural heißt innerhalb von Mauern, also Vollzugseinrichtung. Danke. Ich bin froh, dass mir jemand die Welt erklärt. Friederike, das hat was mit Zuschriften zu tun, die darauf hinweisen, oder Kommentare, dass wir manchmal zu sehr ins Fachjargon abdriften. Okay, der Punkt geht an dich. Dann wollen wir doch gleich mal mit dem Begriff Suizid beginnen. Ja. Denn der klingt ja auch sehr technokratisch. Warum möchten wir trotzdem gerne auffordern dazu, diesen Begriff und nicht zum Beispiel den Begriff Selbstmord zu verwenden? Ja, obwohl beim Selbstmord ist der Mord das Problem, weil der Mord ist ein juristisches Konstrukt, was bestimmte Eigenschaften aufweist, die Heimtücke, die Ausnutzung der Wehrlosigkeit des Opfers und so weiter. Deswegen ist das so problematisch. Wie ist es denn mit dem Begriff der Selbsttötung? Aus meiner Sicht auch nicht so ein schöner Begriff, weil er diesen Tötungsaspekt so in den Vordergrund stellt. Tötung als endgültiger Akt. Ganz genau. Und das ist bei Suizid anders. Also wenn man sozusagen dem etymologischen Wortstamm folgt, dann nicht, aber trotzdem klingt in dem Wort das Wort Tötung nicht an. Wenn man nicht weiß, was Zid bedeutet. Gut. Weil man damit nicht so vertraut ist. Das ist so, genau. Wir haben ja mal eine Folge zu Neonatizid, Infantizid. Da haben wir gar nicht erklärt, dass das Zid eigentlich das Töten ist. Wie der Genozid. Wie der Genozid. Wie der Femizid. Ganz aktueller Begriff zur Zeit. Und der Homizid. Der Homizid. Oder aber... Einen nehme ich noch. Einen. Gut, einen kriegst du noch. Einen bringe ich noch. Den... Na, komm. Habe ich noch einen? Intimizid. Die Tötung des Intimpartners. Wow. Gut. Aber bevor wir hier ins Lustige abdriften, ist es ja doch ein sehr ernstes Thema, über das wir reden wollen. Und deswegen zurück dazu, dass wir uns entschieden haben, hier das Wort Suizid zu verwenden. Okay. Aber nochmal zurück zu meiner Frage, warum ist das ein forensisches Thema? Nicht nur, weil wir gefragt werden, sondern vielleicht kann man sich auch anders ans Thema ranrobben sozusagen. Ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer unseren ersten Podcast erinnern, wo wir gesagt haben, dass forensische Psychiatrie ja gar nicht Strafrecht bedeutet, sondern die Anwendung von Rechtsvorschriften oder die Beschäftigung von allgemeinen Rechtsvorschriften. Und tatsächlich kann die Suizidalität auch ein Fall für nicht strafrechtliche Rechtsnormenanwendung bedeuten. Und ich soll mich hier einfacher ausdrücken. Du hast recht. Also die Selbsttötungsfantasie kann Grund sein, dass man darauf reagiert und jemanden zur Sicherung irgendwo einweist, damit das nicht ausgeführt wird, was jemand gerade als Bedürfnis bei sich empfindet. Und zwar, indem man ihn in Schweizerdeutsch gesagt fürsorgerisch unterbringt. Das ist der schweizerische Begriff. In der Bundesrepublik würde man von den öffentlich-rechtlichen Unterbringungsvorschriften sprechen, den psychisch-kranken-Gesetzen oder im Rahmen von betreuungsrechtlichen Einweisungen. By the way, sagt man Bundesrepublik noch oder sagte man das nicht als Abgrenzung zu DDR? Mir war es jetzt wichtig, ich habe gar keinen Begriff dafür, wir sprechen manchmal vom deutschsprachigen Rechtssystem, vom deutschen Rechtssystem und mir war es wichtig sozusagen, das deutschsprachige Rechtssystem ist ein Konglomerat aus Österreich, Schweiz und Deutschland. Deswegen habe ich das so benutzt, um es zu verorten, dass es sozusagen die Bundesrepublik meint, die BAD. Den großen Kanton. Ja, aus Schweizer Sicht den großen Kanton, das wollte ich jetzt vermeiden. Also das heißt, anders gesagt, dass es hier nicht nur um Risikofaktoren und Überlegungen zur Suizidprävention gehen soll, sondern Suizid auch eine juristische Komponente hat im Sinne von Recht, was angewendet werden kann, wenn Selbstgefährdung eine Rolle spielt. Erwachsenenschutzrecht. Erwachsenenschutzrecht, genau. Und wir reden hier, also wir kommen ins Spiel, wenn es darum geht, dass es um eine krankhaft entstandene Suizidalität geht. Wir wollen jetzt heute nicht das Thema öffnen hin zum assistierten Suizid und der Diskussion, ob man sich selber töten darf. Das ist vielleicht nochmal lohnenswert, vielleicht später eine eigene Folge dazu zu machen, weil da ist die Schweiz ja ein bisschen speziell, weil sie der Vorreiter ist von einem Land, was das sehr frühzeitig erlaubt hat in Zentraleuropa. Genau, es soll nicht um aktive Sterbehilfe und solche Dinge gehen, sondern tatsächlich um die Prävention von Handlungen, die aufgrund von einer hoffnungslosen und verzweifelten Zuspitzung in der Selbstbeziehung zu Verhaltensweisen führt, die dem Leben ein Ende setzen zu versuchen oder tatsächlich das auch gelingt. Vielleicht mal wieder von der statistischen Seite genähert, wer bringt sich denn häufiger um, Männer oder Frauen? Männer. Richtig, und zwar drei zu eins etwa, aber wer macht häufigere Suizidversuche? Frauen. Richtig, und das ist statistisch und nicht antifeministisch hier vorgetragen sozusagen. Und da sieht man immer, man muss sich genau angucken, was du da untersuchst und dann zeigt sich nämlich, das ist wahrscheinlich was, das ist eine lange bekannte Erkenntnis, was mit den gewählten Suizidmethoden zu tun hat, die nämlich bei den Männern, welche sind, die ein höheres Risiko beinhalten, auch effektiv zu sein. Genau, und bei Männern sind das Schusswaffengebrauch und Sprung aus der Höhe. Und nicht die Strangulation? Die Strangulation ist tatsächlich statistisch gesehen gemittelt bei beiden Geschlechtern relativ gleich häufig. Weil sie nämlich gefährlich ist. Man unterschätzt nämlich rechtsmedizinisch, wie wenig Gewicht es braucht, um sich zu strangulieren. Also wenn du eine Schlinge knüpfst aus einem Nylonstrumpf und das nur an der Heizung machst und denkst, naja, das klappt vielleicht nicht doch. Es klappt leider in vielen Fällen doch, weil es glaube ich nur 10 Kilogramm braucht, die du reinhängen musst, dass die Blutzufuhr zum Gehirn unterbrochen wird. Also wenn wir jetzt schon dabei sind, über Strangulation zu reden, zwei Sachen. Und zwar erstens war mir früher gar nicht klar, dass die Todesursache nicht unmittelbar der Gnickbruch ist, der eher wirklich beim Erhängen mit einem Ruck zustande kommt, sondern die Abschnürung der zum Gehirn führenden Blutgefäße und die damit abgebundene Sauerstoffzufuhr. Und vielleicht dazu noch, um es sehr plastisch zu machen, als ich in der Rechtsmedizin in Berlin ein längeres Praktikum gemacht habe, haben wir einen älteren Herrn obduzieren müssen, der sich im Bett liegend stranguliert hatte und zwar, indem er ein Krankenhaushandtuch aufgehängt hatte an diesem Dreieck, was eigentlich dazu gedacht ist, sich im Bett nach oben zu ziehen in die sitzende Position. Also der hatte sich im Grunde genommen im Bett liegend stranguliert und ich fand das extrem erschütternd irgendwie. Aber es war wahrscheinlich eine Selbsttötungsabsicht. Ja, genau. Ah, okay. Ja? Ja. Nicht zu verwechseln, dass ja die Strangulation mit Verringerung des Blutzuflusses auch in anderen Lebenssituationen genutzt wird, was ja manche Rechtsmediziner dann auch feststellen, wenn es dann zu autoerotischen Unfällen kommt, wo man das gemacht hat, um die Lust zu steigern und dann hängt man drin und ist tot. Das würde aber jetzt nicht in die Kategorie Suizidalität fallen, sondern versehentliche Selbsttötung. Richtig, aber die sehen ja für einen erstbegutachtenden Polizeibeamten manchmal wie Selbsttötungen aus, wegen der Strangulation. Das kommt extrem auf die Begleitumstände an und die Gadgets, die angetroffen werden, würde ich sagen. Ja, du bist eben doch erfahrene Rechtsmedizinerin. Ein Praktikum in der Rechtsmedizin? Das hat ja mit Forensik auch was zu tun. Das ist eben der Madenteil. Wenn wir jetzt nochmal an den alten Herren denken, den wir da obduzieren mussten, dann kann man auch festhalten, dass er genau die Risikogruppe widergespiegelt hat, in der die Suizidrate am höchsten ist. Es sind nämlich Männer in höherem Alter, die zusätzlich noch vereinsamt sind. Und wenn dann noch eine psychische Störung, eine Abhängigkeitserkrankung oder eine soziale Isolation dazu kommt, dann steigt das Risiko umso weiter. War das in einem psychiatrischen Krankenhaus passiert oder in einem somatischen Spital? In einem somatischen Spital. Ja, und es hatte anscheinend eine ungünstige somatische Diagnose gegeben und das war die Reaktion darauf. Was hast du noch einen weiteren wichtigen Faktor genannt, nämlich die Situation von Ereignissen, die belastend sind, Verlust nahe Angehöriger, Schulden, Krankheit. Ganz genau. Also bei Männern ist es auch der Klassiker tatsächlich Verwitwung, mehr als bei Frauen, die dann wieder 15 Kilo abnehmen und nochmal… Durchstarten? Durchstarten. Hat man das mal untersucht? Das war jetzt sehr laienethiologisch. Aber wenn man das statistisch erstmal so anschaut, imponiert es so, dass die Männer den Verlust der Partnerin, der Frau weniger gut verkraften. Ja, dann ist es so. Oder in der, und da kommt wieder die Suizidmethode möglicherweise, vielleicht begehen Männer und Frauen gleich viele Suizidversuche, wovon die bei den Männern eben dann nur tödlich enden, weil sie sich für was anderes entscheiden. Ja, das könnten wir nochmal genauer nachlesen. Tatsächlich, das fände ich eine interessante Fragestellung. Trotzdem darf man auch nicht unterschätzen, dass die Suizidrate im Vergleich zur Normalbevölkerung auch bei jungen Erwachsenen in Entwicklungskrisen erhöht sein kann. Also vor allem da aber Beziehungskrisen, wenn dann noch Substanzprobleme und vielleicht Störungen im familialen Umfeld und Stress in der Ausbildung hinzukommt, dann ist das auch ein sehr vulnerables Alter. Also auch hier haben wir ja wieder das Phänomen, dass der Substanzkonsum, ob schon als Störung, tatsächlich auch wieder eine Rolle spielt. Er spielt ja bei Straffähigkeit eine große Rolle. Und zwar nicht nur als Intoxikation, Enthemmung, sondern offenbar ist die Neigung zum Substanzkonsum konfundiert. Also grundlegend noch anders kausal begründet mit etwas, was da irgendwie eine Rolle spielt. Und hier ist es auch ähnlich. Das hast du jetzt schön und einfach dargelegt. Ich weiß, ich kann das sehr gut, Friederike. Also nochmal, Substanzkonsum ist auch hier ein erhöhter Risikofaktor, wobei man sich ja fragt, warum eigentlich? Was ist denn das? Sind die auch alle dann durch enthemmende Substanzen leichter in der Lage, den Weg hin zur Selbsttötung zu gehen? Oder ist es begründet durch einen anderen Faktor, der beide Phänomene begünstigt, Suizidität und den Substanzkonsum? Kannst du dazu was sagen, was man weiß? Ich würde sagen, ja, also hier gibt es Huhn und Ei in beiden Reihenfolgen sozusagen. Denn eine erhöhte Vulnerabilität für einen ausufernden Konsum psychotropa Substanzen weisen ja meistens Personen auf, die Schwierigkeiten in der Emotionsregulation im Selbstwert haben und die dann vielleicht auch mit Substanzen in Kontakt kommen, die diese Emotionen positiv, zumindest passagär, also kurzzeitig beeinflussen. Das heißt, man hat hier schon mal Zugang zu Substanzen gefunden, sodass es da auch akzidentiell zu Überdosierungen und sowas kommen kann. Oder aber auch Substanzen vorhanden sind, die in Momenten der Verzweiflung, die vielleicht verstreichen würden, ohne dass es eine heftigere, selbstschädigende Verhaltensweise gegeben hätte, doch hier angewendet werden können und dann überdosiert werden. Andererseits ist es auch so, dass es sehr auf die Substanz ankommt, denn manche sind ja tatsächlich eher sedierend und beruhigend. Andere sind aber auch enthemmend und aggressionsfördernd, also auch autoaggressionsfördernd. Wie ist das denn mit den psychischen Störungen, die korrelieren mit einer erhöhten Suizidalität? Ja, also das sind eigentlich wieder die Klassiker. Tatsächlich ist es in dem Fall aber nicht die Schizophrenie, die hier an Platz drei kommt in großen Meta-Analysen, sondern es sind die affektiven Störungen und da vor allem die Depressionserkrankungen. Und wenn man sich jetzt die Gruppe von psychisch erkrankten Suizidenten anschaut, dann geht man von 40 bis 60 Prozent Depression aus in dieser Gruppe. Ja, das ist ja eigentlich das, was man als Psychiater auch einen depressiven Menschen immer fragen muss, geht denn mit dieser negativen Weltsicht, die Depression ja bedeutet, unter anderem negative Sicht auf die Welt, auf die eigene Person, auf die eigene Vergangenheit und die Zukunft, geht die so weit, dass man über Fantasien entwickelt, aus diesem Leben zu scheiden. Und da sind wir an dem Punkt, wie man Suizidalität graduiert. Aber da vielleicht noch kurz dazu, also wenn wir hier über diese psychiatrischen Risikogruppen reden, dann reden wir über das medizinisch-psychosoziale Paradigma der Suizidalität. Also das heißt, wo es tatsächlich ein Korrelat gibt zu einer psychischen Störung, eben Depression oder substanzbezogene Störungen oder auch Schizophrenien. Und im Gegensatz dazu kennen wir ja auch das Krisenmodell der Suizidalität, was eher von so einer bilanzierenden, selbstdestruktiven Konfliktbewältigung ausgeht. Da muss man vielleicht so ein bisschen unterscheiden. Womit auch gesagt ist, dass auch Menschen, die eben keine Grunderkrankung aufweisen, in bestimmten Situationen und mit einem Konfliktbewältigungsmuster, was ungünstig und destruktiv ist, ein erhöhtes Risiko haben. Und interessant ist auch, dass natürlich bei diesen Verbindungen mit den Störungen, die du da am Anfang aufgezählt hast, der Weg hin zur Suizidalität ja offenbar unterschiedlich ist. Also bei den depressiven Zuständen kann Suizidalität ja sogar so schwerwiegend werden, dass man sich nicht nur sich selber töten möchte, sondern welche Personen mitnehmen möchte oder die Umwelt. Dann haben wir sogar einen strafrechtlich relevanten Zustand des erweiterten Suizides, wo der Suizident manchmal überlebt, aber die Mitgenommenen nicht überleben und dann hat man ein Tötungsdelikt, was sich so erklären lässt. Genau. Und auch dieses Suicide by Cop fällt noch in diese Kategorie. Richtig. Das müssen wir erklären, dass manche Suizidenten eine Situation schaffen, wo sie die Polizei so provozieren durch unklare Handlungen, dass die befürchten, dass jetzt eine Schusswaffe gezogen wird und dann erschießt die Polizei den Betroffenen. Wusstest du, dass das im Übrigen in der Entwicklung des Begriffes erweiterte Suizid am Anfang tatsächlich der erweiterte Suizid war in der Definition der Rechtsmediziner? Also dass man andere anstiftet, sich zu töten. Und dann hat der Begriff eben eine Wandlung erfahren, die jetzt mehr bedeutet, dass man Dritte mitnimmt und das haben wir in der Folge der erweiterte Infantizid besprochen und tatsächlich ist es auch so, dass wir immer wieder hier doch Menschen begutachten, wo diese strafrechtliche Frage im Raum steht, ging es um die Tötung des Intimpartners oder ging es eigentlich um einen erweiterten Suizidversuch? Kurze Fußnote zu den Suizidkrisen bei Schizophrenen, die ja interessanterweise gar nicht auf der Höhe der Akuität der Erkrankung, also wenn es ganz stark ausgeprägt ist, sondern sehr häufig begangen werden von Betroffenen, wenn sie gerade besunden. Also eigentlich merken, sie kommen raus aus der Psychose und man überlegt, ob da eine Rolle spielt, dass die tatsächlich bilanzieren und merken, oh Gott, ich habe eine schwerwiegende Erkrankung und das möchte ich nicht nochmal erleben und die Tatsache, dass sie wieder eigentlich klaren Geistes werden, dass das die Veranlagung fördert, dann auch bilanzieren zu sagen, ich scheide aus dem Leben, weil das ist ein Stigma, was ich nicht ertrage. Das ist eine interessante Beobachtung. Dazu vielleicht kurz die suizidalen Entwicklungsphasen nach Pöldinger, weil ich das noch wichtig finde für den Umgang mit Patienten und Patientinnen in solchen Phasen. Es ist eben häufig so, dass Suiziderwägungen stattfinden können und dann eine gewisse Ambivalenz besteht und wenn der Entschluss getroffen wurde, tatsächlich einen Suizid zu machen, dann zeigt sich psychopathologisch oft eine große Entlastung. Und die wird aber fälschlicherweise eventuell als eine Verbesserung der Depression oder der Psychose oder der Belastung interpretiert und die Vigilanz, die vorher bestanden hat, wird zurückgefahren und dann entsteht... Also die Wachheit, den Patienten zu beobachten. Exakt. Das ist dann quasi das Dunkelfeld, was entsteht, in der dann der Suizid stattfindet. Also das Risiko und da haben wir die Verbindung zum forensischen Denken. Das Risiko steigt eigentlich in dieser Situation, obwohl vordergründig eine Beruhigung eintritt. Und das ist gefährlich und es ist sozusagen, die Stille ist trügerisch. Das ist schön gesagt, genau. Und deswegen ist es wichtig, dass man es erfragt. Und das ist ja etwas, worauf wir auch hier wieder hinweisen müssen. Die Nachfrage ist nicht belastend, sondern für die suizidalen Personen, das ist durchgängig nachgewiesen, ausgesprochen entlastend. Noch mal anders gesagt, gerade Anfänger in der Psychiatrie erkundigen sich, wenn sie lernen sollen, einen guten psychopathologischen Befund zu erheben, ob es nicht vielleicht sogar Menschen erst auf die Idee bringen könnte, einen Suizid zu begehen, wenn man explizit danach fragt. Und deswegen noch mal ganz deutlich, nein, man soll es respekt- und würdevoll ansprechen. Man kann nach Gedanken fragen, man soll aber auch nach klaren Plänen, vielleicht auch nach der Beschaffung von Instrumenten und der Konstellierung von Situationen fragen. Und das ist so wichtig, weil wir als Psychiater zwar vertraut sind mit dem Phänomen, wir unterschätzen deswegen aber manchmal, dass allgemein der Suizid gar nicht so gelassen gesehen wird, wie wir denken als Psychiater, weil es uns sozusagen ein Phänomen ist, was häufig vorkommt, relativ häufig vorkommt. Wir unterschätzen, glaube ich, dass Ansichten, politische Ansichten, religiöse Ansichten da Einfluss nehmen und die Suizidenten oder die Suizidalität entwickelnden Patienten, Personen häufig selber sich Vorwürfe machen, dass es passiert und deswegen nicht darüber reden. Und in der Situation von dem Psychiater, der nachfragt, merken, der ist gar nicht belastet damit oder reißt gar nicht die Augen auf vor Entsetzen, sondern geht damit relativ cool um. Und das ist häufig ein entstigmatisierender Prozess, sodass die diese Entlastung erleben. Vor allen Dingen, wenn man dann noch verdeutlicht, dass man Suizidalität zumindest im psychiatrischen Kontext eigentlich als Verlust freier Wahlmöglichkeiten auffasst, oder? Also, dass man davon ausgeht, dass es eine Endstrecke von Gedanken gibt, die mit Ausweglosigkeit assoziiert werden, die man aber vielleicht durch die Behandlung von bestimmten Phänomenen auch wieder ändern könnte. Und da legst du natürlich die Grundlage auch für Überlegungen, warum es gerechtfertigt ist, in solchen Situationen einzugreifen von außen und zu sagen, du bist nicht Herr deiner Sinne und wir müssen für dich entscheiden und dir an diesem Punkt die Entscheidungsfähigkeit nehmen und dich unter Umständen einweisen in eine Klinik, weil wir wissen, es ist Ausdruck einer Krankheit. Genau, und deine Urteilsfähigkeit auf die Ausweglosigkeit schätzen wir im Moment als nicht gegeben ein. Und das ist manchmal auch so, dass wir tatsächlich auf den ersten Blick, es ist ja ein psychiatrischer Notfall, Suizidalität ist ein psychiatrischer Notfall und dann kommt ein Notfallpsychiater und muss erst mal Folgendes tun, weil man weiß, dass ein großer Teil von Suizidalität krankheitsbedingt ist, er macht eine Einweisung. Und dann ist manchmal die Aufgabe vom Psychiater zu sagen, nein, das ist keine krankheitsbedingte Suizidalität, die Urteilsfähigkeit ist nicht durch einen Prozess, der die freie Willensbestimmung beeinträchtigt und man muss den Patienten gehen lassen und wir erleben als Psychiater auch, dass wir einen suizidalen Menschen entlassen und er seinen Plan in die Tat umsetzt. Das ist manchmal nicht leicht auszuhalten, aber man muss es tun, weil unter Umständen gehört auch der Freitod, jetzt kommt noch so ein Begriff, aber da ist es so drin, es ist eben aus freien Stücken entschieden, unbeeinträchtigt durch Krankheit und ohne, der Wille kann sich frei entscheiden und deswegen begehen Menschen Suizid und wir müssen zusehen als Psychiater. Also vielleicht würde ich das noch ein bisschen auseinanderdröseln wollen, denn ich glaube, wir wollen hier nicht darüber diskutieren oder infrage stellen, dass jeder Mensch das Recht darauf haben sollte, über das aus dem Leben scheiden, freiwillig zu entscheiden. Das ist aber eine Haltung, die ist noch nicht so ganz weit verbreitet. Das ist gesellschaftlich ja nicht immer so gewesen. Das ist so und dazu gibt es ja auch wirklich viel Literatur, jetzt zuletzt auch große deutsche Romanciers, die sich damit auseinandersetzen, die du nicht so leiden kannst. Herr Schirach hat das ja sehr schön in einem zweiperspektivischen… Herr von Schirach. Herr von Schirach. Das stimmt gar nicht. Wieso behauptest du mal, ich kann hier nicht leiden? Wir haben darüber mal diskutiert in einer anderen Folge, dass ich das anders sehe, wo du sozusagen eine andere Auffassung hast, was er eigentlich meint. Aber das führt jetzt zu weit und greift vor, weil ich bin gespannt, was du uns heute empfehlen wirst, Friederike. Nun, es ist nicht von Schirach und ich möchte nur mal auf dieses freie Willensentscheid-Thema zurückkommen. Was wir als Psychiater abklären sollten, ist, ob diese freie Willensbildung durch psychopathologische Phänomene beeinträchtigt ist. Und wenn die das ist, dann haben wir Recht zu handeln. Und Pflicht. Und da sollten und können wir intervenieren. Genau. Ja, wenn man jetzt Suizidalität explorieren, untersuchen soll, dann gibt es so verschiedene Dinge, die man mit dem Betroffenen vielleicht noch besprechen sollte. Das heißt, man sollte kognitive Denkschemata erfragen, die vielleicht sehr negativ sind, die die eigene Person oder die Welt oder die Zukunft als sehr negativ und auswechslos bewerten. Man sollte ja eine Fatalisierung der Situationsbewertung erfragen. Das ist so ein bisschen dieser Märtyrer-Effekt, dass man jetzt auch aus Sendungsbewusstsein ein Zeichen setzen sollte. Man muss den Werter-Effekt so ein bisschen abfragen. Also gibt es eine enttäuschte Liebesgeschichte, die vielleicht in der Hinterhand steht. Der Werter-Effekt beschäftigt uns ja in der Psychiatrie vor allem dann, wenn andere Betroffene auf einer Station zum Beispiel einen Suizid miterleben. Ein Mitpatient hat sich tatsächlich suizidiert. Und nachziehen. Und dann ziehen sie nach und wir müssen auch diesen Effekt berücksichtigen, weil zu erleben, dass jemand den Schritt gemacht hat, kann natürlich jemand, der sich auch so gedanklich damit beschäftigt, motivieren, es dann auch zu tun. Nach dem Motto, aha, es ist wohl nicht so schlimm. Oder tatsächlich denjenigen bewundern, er hat es getan. Also kann es unterschiedliche Gründe geben, warum man es dann schafft im Rahmen des Werter-Effekts. Aber dass es den gibt, ist ja unstrittig. Das ist so. Und als sei der Suizid vielleicht auch das letzte Aufbäumen und würdevolle Übernehmen von Verantwortung. Hellhörig werden sollte man, wenn Selbstschädigung angedroht wird bereits und wenn sehr viel über das Wort Hoffnungslosigkeit argumentiert wird, wenn die Stimmung sehr schnell und sehr labil wechselt und dann auch wenige protektive Faktoren angetroffen werden. Was sind denn protektive Faktoren in dem Fall? Da gibt es eine ganze Liste, Schutzfaktoren. Also Schutzfaktoren, ja. Da sind so die Klassiker, wie stabile familiäre Verhältnisse, Unterstützung aus dem sozialen Umfeld, konstruktiver Nutzen von Möglichkeiten, eine gute Problemlösestrategie, Zusammengehörigkeitsgefühl, Identität, Selbstwert, Lebenszufriedenheit, aber auch vielleicht eine kulturell-spirituelle Verbundenheit. Und das sind auch Ressourcen, an die man appellieren kann in so einer suizidalen Zuspitzung. Da frage ich mich bei der kulturell-spirituellen Zugehörigkeit. Also das meint sowas ein Erleben von, ich bin nicht allein mit dem Phänomen und auch wenn es mir schlecht geht, habe ich Unterstützung, die mich auch sozusagen anders abholt als nur, komm, wir machen das schon, sondern auch dem Ganzen so eine Sinnhaftigkeit gibt. Ist das das? Soll ich dir jetzt erklären, was spirituelle Verbundenheit bedeutet? Ja, warum ich da so einhake, ist, ich frage mich, wenn untersucht worden ist, ob viele Menschen, die sich bei Suizidalität nicht suizidieren, vielleicht religiös gebunden sind, frage ich mich, ob dann nicht vielleicht das katholische Suizidverbot gilt? Ja, unter anderem wahrscheinlich oder das muslimische wahrscheinlich auch, aber es ist eben, glaube ich, auch über eine konkrete religiöse Zugehörigkeit hinaus so, dass das Gefühl, verbunden zu sein, im Hier und Jetzt irgendwie einen Platz zu haben oder auch in einem kulturellen Kontext zu leben, hilfreich dafür sein kann, auch einen Perspektivwechsel gegen diese Hoffnungslosigkeitswahrnehmung zu machen. Also sind in diesem Fall protektive Faktoren auch Ressourcen, die man nutzen kann, die noch da sind? Okay. Darf ich mal fragen, was gibt es eigentlich zu Erkenntnissen zum Zusammenhang von Suizidalität, also Selbstschädigung und Fremdschädigung? Auch da, also haben wir ja schon ein bisschen darüber geredet, was so erweiterten Suizid angeht. Also da gibt es ja verschiedene transtheoretische Modelle, die entweder eher davon ausgehen, dass das miteinander einhergeht und andere, die es so konzeptualisieren, dass man entweder eher zu denen gehört, die fremdaggressiv sich verhalten und andere, die sich eher autoaggressiv verhalten. Wichtig ist, dass man sich dazu zumindest individuell ein Konzept überlegt. Wichtig ist, dass man sich dazu zumindest individuell ein Konzept überlegt. Genau. Und wenn es sozusagen, natürlich ist es so, die Regel ist eigentlich eher, dass man eher nach außen Aggressionen richtet oder eher nach innen, aber es ist eben nicht absolut. Es gibt auch Verbindungen. Wir kennen ja auch Störungsbilder, wo es nicht um Selbstschädigung oder Fremdschädigung, sondern um sowas destruktiv Spannungsabfuhrmäßiges geht und das ist dann egal, ob es sich nach außen oder nach innen richtet oder gegen sich selbst oder gegen das auf. Wobei man zum Beispiel bei Menschen mit einer schweren narzisstischen Störung sagen würde, dass es auch etwas sehr selbstdestruktiv Gekränktes hat, was da dann ausgeübt wird. Und dazu hat mir mal ein, finde ich, sehr weiser Psychiater, Heinz Böker, als ich einen Suizid erlebt habe von einem meiner Patienten gesagt, dass viele Menschen, die in so einer selbstwertkränkenden Reaktivität sind und diese Vorstellung haben, jetzt zeige ich euch mal, wenn ihr mich so behandelt, was ich euch antun kann, dass sie dabei vergessen, dass sie den Effekt ihres Handelns gar nicht mehr selber erleben. Also sie haben dann so eine Fantasie davon, wie die Hinterbliebenen reagieren und was das in ihnen auslöst, aber vergegenwärtigen sich gar nicht, dass sie diesen Schock, den sie auslösen möchten, gar nicht selber miterleben und dass das eine ganz gute … ... ihn nur antizipieren, aber dann gar nicht sich bestätigen können, ob es so war. Soll man das therapeutisch dann nutzen? Unbedingt. So im Sinne darauf hinweisen, hören Sie mal zu, selbst wenn das eine Idee ist, lassen Sie es, weil es bringt nichts, weil das, was Sie sich wünschen, erleben Sie nicht. Genau. Ja, Sie werden sozusagen nicht über der Trauerfeier schweben wie eine Engel und dann schauen können. Woher weißt du das? Du. Das ist eine gute Frage. Also nach allem, was wir wissen, nur wenn man spirituell, religiös eingebunden ist, gibt es eine Aussicht darauf, dass es so sein wird. In der Klinik machen wir es jetzt so, dass wir sowas einschätzen wie eine Art Basis-Suizidalität und eine akute Suizidgefahr. Ja, das finde ich eigentlich noch ganz spannend, das zu berichten, dass man sich überlegt, wie viele Risikofaktoren sind ohnehin vorhanden und dann bei jemandem, der da viele aufweist, sich überlegt, dass man da mehr Suizidprävention machen muss als bei anderen. Und das wäre zum Beispiel, dass man sich suizidale Krisen in der Vorgeschichte anschaut, suizidale Handlungen, die auch in Therapiekontexten stattgefunden haben, eine Störung der Impulskontrolle, Suizide in der Familie und die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe, wie wir benannt haben. Und wenn all diese fünf Faktoren vorliegen würden, dann würden wir schon mal von einer erhöhten Basis-Suizidalität sprechen, auch wenn das so ein bisschen schreckliches Wort ist. Und wenn dann noch konkrete Absichten geäußert werden oder Handlungen stattfinden zur Planung, vielleicht psychotisches Erleben hinzukommt, was auch auf den Suizid drängt oder das Leid unerträglich erscheint, der Patient, die Patientin womöglich noch andere autoaggressive Handlungen aufweist, dann ist höchste Zeit zu handeln. Und was macht man dann? Dann macht man Suizidprävention. Oder Suizidbehandlung. Genau. Also Suizidität kann man auch direkt versuchen zu behandeln im Sinne von die Bilanzierung, die vielleicht dahinter steht, auflösen. Aber man muss unter Umständen erst mal die Grunderkrankung behandeln, die dahinter steht. Also das oberste Gebot ist mal so sichernde Fürsorge. Und dann alles Weitere. Und genau, was du sagst, Behandlung der Grunderkrankung, aber das geht ja oft nicht so schnell. Nee, genau. Man braucht Zeit. Da hast du recht. Man braucht sicher einen ruhigen, wertneutralen, empathischen Gesprächskontext, der auch in einer gewissen Dichte angeboten werden kann. Also jemand in einer suizidalen Krise ist ja hoch belastet. Dem kann man jetzt nicht ein wöchentliches Gespräch anbieten. Der braucht viele Kontaktaufnahmen am selben Tag, am nächsten Tag. Eigentlich muss man sozusagen erreichen, dass man diese Phase, diese Zeit gemeinsam durchsteht, weil man weiß, die Akuität klingt häufig ab nach der Zeit. Auch von alleine wird die Dranghaftigkeit anders. Und diesen schwierigen Zeitraum muss man gemeinsam, wahrscheinlich durch Präsenz eines anderen, der im Zweifel verhindert, dass die Schlinge geknüpft wird und man sich aufhängt oder vom Dach springt und so. Genau. Also man weiß, dass menschliche Nähe tatsächlich ein extrem gut wirksames Medikament gegen Suizidalität ist und man weiß auch tatsächlich, dass wie jede Emotion Suizidalität anschwillt und wieder abklingt. Und man muss eben dieses Abklingen erreichen. Dabei können auch Medikamente helfen, unter anderem Benzodiazepine, dass man jemanden wirklich entlastet. Insgesamt alle sedierenden Medikamente, die wir kennen, kann man ja einsetzen. Neu auch Ketamin zum Beispiel, was Off-Label in suizidalen Krisen sehr erfolgreich eingesetzt wird. Da bist du noch näher dran an der Allgemeinpsychiatrie. Das war mir gar nicht klar, dass es sogar dafür schon die Zulassung hat. Nasal kurz mal ein Stoß Ketamin und weg ist die Suizidität. Kann ich mir das so vorstellen? Ja, also das klingt jetzt sehr optimistisch. Es ist ein Tool, was man verwenden kann und was tatsächlich eine gute Wirksamkeit zeigt. Und gerade bei denen, die depressionsbedingte Suizidität haben oder auch unabhängig von? Unabhängig tatsächlich vom zugrunde liegenden Störungsbild, was man natürlich auch gleichzeitig noch mit mittelfristig wirksamen Medikamenten mitbehandeln würde. Aber dann auch kognitive Strategien, also zum Beispiel eine Umstrukturierung dieser negativen Kognitionen und so Spannungsreduktion. Also wenn man schon mal so mit suizidalen Patientinnen viel Zeit verbracht hat, dann kann man das richtig selber oft körperlich spüren, was da für eine unangenehme, fürchterliche Spannung im Raum ist. Und daher kann es auch tatsächlich helfen, Bewegung, Bäder, jegliche Form von Entspannungsverfahren anzuwenden, wenn die überhaupt umsetzbar in dem Moment sind und unter sicheren Strukturen umsetzbar. Ja, insofern kann man jetzt vielleicht noch mal ganz, ganz klar sagen, eigentlich gibt es nur eine akute Suizidalität und oft liest man in so Arztberichten irgendwas von chronischer Suizidalität und eigentlich ist Suizidalität eine akut zugespitzte Situation. Das andere wäre dann eher eine erhöhte Basis Suizidalität. Ja, obwohl ist mit diesem Beschreiben nicht gemeint, Patienten, Patientinnen, die immer wieder in suizidalen Krisen kommen und man verstanden hat, dass die zugrunde liegende Problematik wahrscheinlich schwer aufzulösen ist, sodass es immer wieder so zu Spitzen kommt mit immer wieder auftretenden Suizidgedanken. Das ist natürlich eine ganz schwierige Einschätzung, weil es dazu verführt, Chronizität, Chronifizierung so zu benutzen, um die Indikation für die akute Intervention nicht mehr zu sehen. Und das ist ja das Ding, man muss diesen Menschen natürlich, wenn es wieder schlimmer wird, trotzdem helfen. Ganz fatal ist natürlich dann der Umgang zu sagen, chronische Suizidität ist etwas, was man schwer beeinflussen kann und das muss man so hinnehmen und deswegen bemüht man sich therapeutisch nicht mehr, oder gar diesen Begriff zu benutzen, das wird agierend eingesetzt und es ist eine appellative Suizidalität. Selbst wenn jemand vor allem auch den interaktionellen Aspekt von Suizidalität nutzt, kann der krass gefährlich sein. Also genau, erstens können auch sogenannte relative Suizide schiefgehen und gleichzeitig möchte dich auch einfach so da in die Welt hinaus fragen, wer hat denn ernsthaft schon mal mit Suizid oder mit klaren Suizidverhaltensweisen gedroht? Also allein das macht ja auch eine sehr große Not deutlich, die außerhalb eines in der psychischen Gesundheit liegenden Konfliktlöse-Repertoires. Zumal selbst wenn man sagt, na, was heißt denn, das ist appellativ, ich höre es dann nicht und lasse den Menschen in Ruhe, dann steigert sich möglicherweise die Suizidität noch weiter. Also der Appell sollte schon ernst genommen werden. Natürlich steckt ein Appell drin, hilf mir. Genau, oder zumindest die Aussage, mir geht es so schlecht, dass ich es nicht mehr aushalte. Richtig. Ja, ganz am Ende möchte ich vielleicht noch nachliefern eine Kennziffer und zwar, weil wir auch schon über die Kindstötungsraten gesprochen hatten und vielleicht nochmal sozusagen als Referenz. Die lagen ja so zwischen 0,9 und etwas über 1. In der Schweiz ein bisschen drunter. In der Schweiz ein bisschen drunter, genau. Ja, also es ist ein häufiges Phänomen. Es ist ein häufiges Phänomen, es ist ein so häufiges Phänomen und zwar, glaube ich, in der Gruppe von jungen Menschen ist es ein relativ häufiges Phänomen, sodass auch die Weltgesundheitsorganisation darauf hinweist, dass man das präventiv angehen muss, weil es mit zu den häufigsten Todesursachen bei jungen Leuten gehört. Es ist die zweithäufigste Todesursache bei unter 40-Jährigen. Siehste. Und was ist da die häufigste, der Unfall? Richtig. Der Autounfall? Ja. Und noch eine andere Zahl, einfach auch, damit man sich die Dimension bewusst macht, man geht weltweit von etwa einer Million Suiziden pro Jahr aus. Das ist natürlich schon krass. Beeindruckend, ja. Okay. Ja. Das reicht, oder, Friederike? Ich denke auch. Ich glaube, wenn wir hier so deutlich gemacht haben, Suizidalität ist ein Thema, was Menschen untereinander sowieso irgendwie berücksichtigen sollten und sich auch Hilfe suchen sollten, wenn sie den Eindruck haben, jemand sei betroffen, was aber über die Psychiatrie hinaus natürlich auch in der forensischen Psychiatrie eine hohe Relevanz hat, weil da gerade durch die strafrechtlichen Konsequenzen und die Unfreiwilligkeit der Behandlung noch krisenhaftere Zuspitzungen stattfinden können. Ja. Okay. Danke. So. Wer ist denn heute dran mit noch einem kleinen positiven Teaser zum Abschluss? Das wäre in dem Fall ich. Okay. Was hast du denn mitgebracht? Weil du schon aus der Rolle gefallen bist und hier einfach Filme präsentiert hast. Ach, keine Literatur, sondern ein anderes. Okay, ja. Komme ich jetzt mit einer Serie. Oh, Serie. Du bist eben am Puls der Zeit, weil die Serie ist das nicht irgendwie das kulturelle Phänomen in der 10er und 20er Jahre? Unbedingt. Also ich muss sagen, ich finde ja großartig, wenn sich Charaktere über so eine lange Zeit entwickeln können und nicht alles in 90 oder 120 Minuten erzählt werden muss. Was bringst du mit? Ich bringe heute mit Sex Education. Oh, Sex Education. Ja, okay. Eine großartige britische Serie im Moment auf Netflix zu sehen. Die gibt es auch erst seit 2019. Und ich finde, da ist Gillian Anderson in einer ihrer großartigsten Rollen zu sehen. Andere werden sie noch aus Akte X oder Fall auch kennen. Und dort spielt sie… Oder als Maggie Thatcher aus The Crown. Oh, ja. Okay. Aber wirklich hier großartig eine alleinerziehende Psychotherapeutin für unter anderem Sexualtherapien, die mit ihrem adolescenten Sohn zusammenlebt. Und beide Sexualkunde auf ihre Art in der Highschool vermitteln. Also der Sohn macht das sozusagen in der Toilettenkabine für Mitschüler und die Mutter macht das offiziell. Das Großartige wirklich an der Serie ist, dass sie, glaube ich, jedes Thema, was überhaupt im Rahmen von Sexualität eine Relevanz haben kann, appelliert. Also es gibt Homosexualität, also LBTQ, was auch immer wird angesprochen, Gender, freie Räume, Sexualität des Alters, wie können Eltern und Kinder über Sexualität reden, Adoleszentenprobleme. Auch Deviationen. 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 Paraphilien. Perversionen. Perversionen. Also es gibt zum Beispiel eine Mitschülerin, die so eine ganz kosmologisch-mystische Art hat, Sexualität auszuleben und sich immer als so Außerirdische auch verkleidet. Und es geht um Selbstbefriedigung und es geht um Verhütung, Infektionserkrankungen. Ist die Serie lustig? Die Serie ist unglaublich lustig. Ich kann auch dringend empfehlen, sie unbedingt in Englisch zu schauen, weil allein die Dialoge zwischen Otis Milburn, also dem Adoleszentenprotagonisten, und Dr. Gene Milburn, also Gillian Anderson, großartig sind. Und man möchte mitschreiben und irgendwann mal im Leben selber die beiden zitieren. Und empfiehlst du das auch, mit einem Adoleszenten-Nachwuchs zusammenzugucken? Unbedingt. Okay. Ich kann sagen, es wurde bereits getestet und es bietet eine tolle Vorlage, um auf irgendwie voll nicht peinliche Art über Themen ins Gespräch zu kommen, über die man sicher nicht am Abendbrottisch so von sich aus reden würde. Und ist das das, wo es in der Forensik landet, weil wir auch das als Forensiker eben können müssen, entspannt über Themen zu reden, die nicht so jedermanns Sache sind? Ja, ich sage immer, du kannst erst Sexualstraftäter begutachten, wenn du ohne rot zu werden eine Sexualanamnese erheben kannst. Und alles, was dich schadet, musst du irgendwie okay finden können. Okay. Okay. Sex Education, wunderbar. Und damit Ausblick auf eine nächste Folge, wo wir dann vielleicht über Sexualstraftäter nochmal sprechen. Hypersexualität steht ja noch bei uns auch auf der Liste und wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Gut, bis dahin. Auf Wiederhören. Auf Wieder. Auf Wieder.